Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, meine Tochter liebt diese Bustiers von Skinny, da sie zur Zeit zwischen Kind und Teenie hängt ist dies die optimale Lösung. Sie trägt meist schon Damengrößen, da die Kindersachen nicht mehr so gut sitzen und sie einengen. In dieser Kindergröße 176 fühlt sie sich sehr wohl und wir haben das Bustier nun auch in anderen Farben angeschafft. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.